Wie man kann das bei Sex kaufen? I've been really trying, baby Yo! Du bist nicht Yo! Was geht ab, Leute? Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Video! Und zwar heute! Wir machen heute die, wenn du mitrappst, Challenge! Er muss ablesen! Ja, ich muss ablesen! Wenn du mitrappst! Du sollst einen Satz sagen und du liest ihn auch noch ab! Ganz einfach! Wir machen hier gleich Songs an und wir dürfen nicht mitrappen! Ganz einfach! Ganz einfach! Auf Seiten daran großartiger Clench! Ganz einfach! Habt ihr es verstanden? Ganz einfach! Ganz einfach! Regeln! Nicht mitsingen! Nicht tanzen! Nicht mitsummen! Und keine Lippenbewegung! Heftiger Shit! Ja, denn die schaffen das nicht! Ich wende es euch! Ich wende es euch! Anmachen wir Sommer! Denn ein Freund hat ein Freund, das ein Freund hat ein Freund Man wird von mitwirft! Ja! Ich bin sogar schon so warm, Digga! 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 Ich höre das von dir! Der auch! Ich spreche mit Modus! Yeah! Digga! Digga! Der ist zu gut! Der ist zu gut, Digga! Der hat euch gar nicht mehr gewonnen! Der macht was! Digga! Digga! Es geht einfach, Digga! Ich schwöre! Es geht nicht, Digga! Das ist voll schwer, Mann! Das kenne ich nicht! Ich bin keine Process! Boah, Scheiße! Digga! Digga! Ich muss mitmachen! Der Typ hat die Challenge nicht verstanden! Ich hab schon verloren, Digga! Digga! Scheiße! Ich hab schon mit den Lippen so! Digga! Fuck! Oh, Shit! Beim Dschlafen! Ich will schlafen! War schon da, bevor sie da war! Meine Bitchy size ich klettern! Ich hast was.. Digga! Ich kenn's nicht! Das kriegt meine Lippen in! Digga! Nein, Mann! Dieu quartiel! Die Jac becoming Printers case Okay, jetzt lass mal ernst machen, Jungs! Lass mal ernst machen! Ja, ich auch, aber das kann ich nicht versuch lassen! Ja, ne! Jaaa... Digga, du darfst ihn mitlegen, ne? Bro, das klappt nicht! Ich muss meinen Mund halten, Digga! Mach mir mit einfach! Scheiss drauf! Lass raus! Da soll ich raus lassen, Digga! Da haben wir eine komplette Marke! Scheiss drauf! Hätte ich eh nicht! Ja, ja, ja! Bei dir läuft's, ja, ja, ja! Ja, Bruder! Ich muss meinen Mund halten, da bla bla bla! Alles scharf! Spiele klein! Alles blöd! Alles filmen! Alles schein! Jedes luch! Weil Vicker ist im Allerina! Direkt aus Nostarika! Alles rein wie Mona Lisa! Guck mal, ich nicke ja schon! Ja, nicke ich eigentlich gar nicht mehr! Es kommt, also mach ich, ne? Versuch mal richtig schnell! Ja, Digga! Versuch mal schnell zu sitzen, man! Mach die nächste Knospe klein! Bau und joint! Rauch ihn an! Und... Die sind mit dem Mann der Laskai! Das küsst man ja super! 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 Geht die Leute zu! Hör jetzt zu liegen los! Ah, fuck Digga! Mach die Lacko! Wer am Rade bei der Pitchstum und Gold! Ja, das BD Rowling! Wie Klobe! Wir haben lange nicht mehr gehört, aber richtig lange! Jetzt rennt den Mann! Das ist mit dem Rüben, fang die Ange-Walt und Gold! Ah! BD Rowling! Ja, Leute! War wohl nichts! Wie lange habt ihr durchgehalten? Weiß nicht! Ich hab meinen ersten Song direkt mitgehalten! Ich glaub, das ist unschadbar! Man macht sofort mit! Man hat das sofort zu... Entweder... Auch wenn du versuchst nichts zu machen, ne? Du nix automatisch! Geht auch immer zu viel mit! Ja, deswegen ist wir drei! Wir haben sowieso jeden Tag Mucke im Auto! Fitness! Überall Mucke! Und wir kennen alle Songs was! Außer Paar jetzt! Ihr könnt das auch versuchen! Link ist unten in der Beschreibung! Wenn ihr Bock drauf auch einfach versuchen! Und ja, Leute! Einfach mitmachen! Achso, wir wollten nochmal auflösen! Woher Michi kommt! Wir haben letztens wieder gefragt! Ihr sollt in den Kommentaren schreiben, wer er kommt! Und, woher kommst du? Ja! Pakistan! Ich schreibe! Ich bin halb deutsch und halb filipino! Ein Mädchen hat das richtig gehabt! Genau, ein Mädchen! Ich weiß euch gerade nicht! Ich versuch eins zu blenden, welches ich finde! Props! Richtig geraten! Richtig geraten! So Leute! Wir haben eine neue Aufgabe für euch! Und zwar postet einfach mal alle eure Snapchat-Namen unten in die Kommentare! Wir werden eine Handvoll auswählen! Wir werden dir anschreiben! Wir werden live gehen! Straight! Straight out of come! Straight out of Snapchat! Wir werden live gehen natürlich! Und dann einfach filmen, wie ihr mit euch reden! Wir werden ein bisschen schnacken! Wir werden etwas Persönlicheres machen! Und mal sehen, wie das klappt! Wie gesagt! Snatch heute Abend! Wir werden euch an... Oh! Ich fresse mich hier! Du Nerven! Du nervt mich! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Tschüss! Mach mal! Du sollst Schuss sagen, du kleiner Schusser!